Herrliche Leute, nicht erschrecken, ich bin PureMark und herzlich willkommen zurück zu Borderlands DLC Nr. 4. Your life is ours. Schitter auf dem Schild und wir haben... ...ne Mission abzugeben. Das Kleidtrap erwischt, was hättest du jetzt gern? Rost oder Beule? Geld und Erfahrung, danke. So. Reicht für den Verwirrste. Vielen Dank, vielen Dank. So. Markus, das ist ein bisschen für mich. Hey, du bist noch nicht tot. Nö, dann nehmen wir das Kleidtrap-Part jetzt. Wenn du dir ganz nett glaubst, dass ich tot bin. So. Oh. Noch eine Kleidtrap-Rettung. Oh, dieser arme Hilfschluss, der Kleidtrap muss repariert werden. Hin und Werkzeugkasten reparieren. Erst geht's, der Clan. Was kann er dir schon tun? Ich bin mir ein Liedchen. Wenn du möchtest, kann ich es dir vorsingen. Okay. Das ist aber kein Lied. Okay. Du bist auf den alten Mach auf dich hin, um unerstämliche menschliche Mitleid zu appellieren und dann über sie herzufallen und sie dumm dastehen zu lassen. Trick eingeteilen. Okay. 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 Was soll man das jetzt sagen? Ah. Nein. Oh. Oh. Oh, verdammt! Also sag schon, das Gehirn einer Slap-Chaps ist nicht besonders groß. Das glaube ich gern, ja, mit einer Muni, die ich nicht verbraucht habe. So, was für ein Skill bin ich denn jetzt schon hier mit Pistole? Seen, da habe ich mir vor was gedacht, aber noch immer nur sieben. Wer ist... Naja, ich balle die eigentlich fast nie ab, so glaube ich. Trotzdem, naja. So, noch eine SMG. Das Ding, lass den Mod, nehmen wir mal mit. Kanaten sollte ich oft verwenden. So, das ist ein Clap-Trap. Du hast diesen Hinterhaltigen Claptrap ausgestaltet und wertvolle Lektion gelernt. Hilf nie jemanden außer dir selbst. Ich habe gedacht, great. Ka-ching, kriege ich echt noch eins, wirklich. Tatsächlich, 48 Plätze. Na dann, weiter geht's. Fabrik finden und alles zerstören. We make your life, period. Ah, okay. Claptrap unite. So. Was bin haltet ihr wunderschönen Schränkchen denn heute? Komm dir ein Erste-Hilfe-Kid. Du wirst es nicht bereuen. Nein, SMG regeneriert Munition. Ah, aber wir spielen ja gerade nicht mit SMG, also können wir das erlassen, aber... Ja, nee, das ist nicht so gut. Okay, warum hab ich dann jetzt schon bester? Sogar der Kaktus ist so ein Crap-Trap-Dings. Ach, und der Ten... Ah, das war das, was bei Tenis gewesen ist. Okay, wenn du sterben willst, sicher doch. Darüber muss ich... Nice. Ich hab' noch ein paar Mal deinem geschossen. Okay, überhaupt... Okay, ciao. Ups. Das Zeug brauche ich nicht ansammeln. Da sind keine Crap-Trap-Komponenten dabei. Sind da eure Crap-Traps? Wenn ja, dann zeigt er euch. Ich brauche eure Komponenten. Okay, ich hab' ein gehört. Boah. Ach, der da war ein... Das hat er aufkommen. Da wird leichter. Die haben wir da oben gespielt. Hm, okay. Oder was? Das macht einer. Bitte nicht. Ich muss ja mal genau schauen, was für Waffe ist und was das Ding ist, weil die alles da kann ich was grün machen. Ja, dann lassen sie auch noch Schilder von uns fallen und es sind drei grünne Sachen da, die man hier anwarten kann. Ja, ganz da rüben mal, da haben sie noch sowas. So, jetzt haben wir halt lalala. Das Leben noch irgendetwas anderes tolles. Okay. Das ist das Ding. Verdammt, Claptrap. Ich bin Arzt. Kein Mechaniker. Dr. Naptrap. Torren. Hi. Was ist das? Was ist das? Ich sterben. Ich sag's doch nicht. Keine Angst. Okay, na dann. Tschau. Wow. Warum haben die keine Komponenten? War es schon geschafft. Ich bin zu Wurfels. Wurde. Das ist 40. Ich kann nicht daran umdrehen. Wurde ist wieder keine Fallen, das ist. Okay, dann kann ich ein wenigstens durchrennen. Das ist nicht richtig. Ja? Nein, meine Angst. Daneben, dritte? Nein, vielleicht. Wie es schmeckt, sagst du mir. Du kannst ja gar nicht schmecken. Noob. Hi. Und hallo. Leider weg. Nicht so lange an der Wand hängen. Hallo. Taki, babe. Jetzt, ich will das nicht. So. Äh, noch irgendwo was, was ich bauen kann. Was im Boden liegt natürlich. Ist immer das, was ich brauche. So. Gönnt euch. Nein. Einmal, zweimal, dreimal und pausa slips. So, die brauchen wir auch. Aber nur für die Trophäe, beziehungsweise für das Achievement. Zerstören habe ich gehört. Nice. So. Nummer 2 ist dort irgendwo. Hi. Ähm, okay. Lass uns nicht wieder nichts fallen. Ich verstehe es nicht. Ich kann einfach von ganzem an gleich alle zugelassen. Das ist nichts Gescheites mehr drin. Sehr schade. Nicht von daher kommen, bin ich okay. Gehen lieber hier lang. Hi. Willst du hin? Ah, da nix. Okay. Immer noch nicht. Nicht so schlimm. Die Kiste schauen wir vielleicht doch trotzdem gerne an. Viermal Schild. Tch. Vielleicht mehrere Kittenverkauf benutzen, ne? Kann man die Pistole mal wegpacken. Ah, okay. Ich habe alle verkauft vorher. Sag ich nur noch Blitzdinger, Elektrodinger. Neuer Rate, Waffen, Zoom. Mir muss halt einfach mal kurz... Kann ja nicht schaden. Jetzt packe ich die Pistole weg und das finde ich 108 Pistole montiert. Na klar. Ich halte jetzt nicht wenig, aber... Die Waffe kann ich... Die Pistole. Ja. Auf jeden Fall praktisch. Innerhalb der Komponenten? Natürlich nicht. Ja. Nehmen wir die Waffe. Äh, ja! Ausgezeichnet! Du hast meinen Headtrap besiegt und die Fabrik stillgelegt. Alles läuft nach meinem lächerlich komplizierten Plan, den du mit deinem kleinen Menschen-Gehirn natürlich niemals durchschauen könntest. Oh Mann! Willst du vier Kitten? Super! Das war's! Nice! Was? Bin ich hier auf dem richtigen Weg? I think so. Passt. Was? 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 Wer die Produktionsmittel kontrolliert, kontrolliert die Regierung und diese Macht gehört in die Hände. Das sind was Clip Traps. Okay. Natürlich quert sie das. Ich kann nicht mehr deiner Meinung sein. So. Dann müssen wir wieder zu Mr. Blake. Achtung! Achtung! Banditen attackieren totlöstlich! Ah, schade. Was heißt das hier, oder? Das ist mir ein bisschen zu spät erzählt, leider. Ist er weg, schade. Na, 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 na. Ich bin getroffen! Das stimmt, und du lässt wieder teile fallen, das freut mich. Du bist noch zu weit weg. Ich bin getroffen! Systemausfall! Bitte, lasst mich sterben! Nichts würde ich lieber tun. Deben, kann ich die Mission aber abgeben. Systemausfall! Das wäre lustig. Da findet noch einer. ok marke ist werde ich ich lasse es dich wissen nicht so ganz genau ach kommt f nämlich nicht so gut oder immer noch ok ok dann let's go der komponenten und habe ich es so und hier bin ich fertig bin an dubiosen geschäften nicht man fahrzeitbeschäftigung seien sie gegrüßt konsument mordkau sondern wenig leichte industrie spionage nichts besonderes für einen erfahrenen plünderer wie dich und jetzt in zu fahrer 3 nicht dass hyperion jemals an ihnen gezweifelt hätte wir lieben sie und glauben an sie also phase 3 das klappt kollektiv hat ein gemeinsames bewusstsein schaltet man den kopf aus so fällt auch der rest um dies zu erreichen müssen sie das wireless information router encoding device kurz stehe eine unglückliche abkürzung für ein drahtloses gerät du das und ich spreche dabei mit wenn auch immer ich jetzt gerade sprechen muss marcus mein freund ein tag ohne gemetzel ist wie ein tag ohne sonnenschein aufstocken sammel 10 wackelpuppen für marcus an in marcus lager wird der krims krams für touristen langsam knaps zu generieren das hat wir in fabrik geländen das sind die weiding forts 10 hübsche wackelpuppen und bringt sie gegen eine hübsche belohnung zu marcus und um die herr peri und fabrik das ist dort ok die wagen vor als er dort reich ok die operation klappt trip 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 kann er eh noch ein bisschen warten was ist wichtig als wackelpuppen für marcus zu sammeln im red so werden die hand sagt wo sind hoffentlich oder lassen alle klöp trips die fallen oder man weiß es nicht auf jeden fall versuche ich noch ein paar klöp trips zu zerstören damit ich abliefern hier so dass ich meinen gedanken noch zu ende formulieren kann bevor wir uns in den kampf stützen und zwar mit volldampf voraus er wollte sterben da haben wir seinen wunsch erfüllt weil er wollte ja keinen töten hallo so was steht da ein abbild eines guten freundes marcus super mehr davon die werden eh angezeigt die gegner haben wir schon was alle besiegt ja ja die haben wir keine komponenten schaust drauf dann ist es egal mal hallo du hast beide meine schüsse abgeblockt das freut mich aber überhaupt nicht ich werde nicht recht ich werde nicht recht die sind unten das hat halt Spaß ähm wenn du meinst so wackelpuppe sind jetzt zurück mann 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 die sind mal ein schaden wo sie ihre wackelpuppen hinstellen hallo so na wie läuft es fand ich schlecht wenn ihr mir schon keine komponenten geben wollt ein ich pum hey jetzt haben wir wieder aber wieder ein neues ganz was neues so darauf ups da war ja gar nichts darauf irgendwo Achja, ja. Nicht. Sondern, da ist auch ne Wackelbörner mit. Komm ich hab keine Zeit für euch. So gehts oder? So gehts oder? Das ist ja. So. Nächste Wackelbörner, ich komme. Hoppala. Nicht runter. Keine Komponenten. Danke für nix. Hui. Da weg, da sind Treppen. Passt. Gut, dass ich hier gegangen bin. Wüsste ich's doch. Dass sich das lohnt. So. Weg, da haben wir Radio. Der funktioniert aber nicht. Wie komme ich denn da hin am besten? Ehe dort lang passt. Oh ja. Ganz schön verwirrend hier alles. Na, wie fühl ich den noch? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Bader-Board, das ich gleich bekommen werde. Neues. Muss ich's dann einbauen. Bist die Bader werde ich wieder ewig brauchen. Wahrscheinlich. Spaß. Ist ja voll easy. So will kann der Bereich. Dritte, das ich erwischt. So. Passt dann aber die Komponenten noch direkt. Plus vier Unverwüstlichkeit. Die war inneres Leuchten. Unverwüstlichkeit. Ne. Die war. Inneres Leuchten. Schon gesehen. Wo ist das? Ah da. Okay. Ja. Ne. Aber. Ist was wert. Alles mit. So. Und das war das. Ähm. Ja. Okay. Hm. Ich werde fast vergessen. So. Eine brauchen wir noch. Und dann können wir den Abgang machen. Bin ich froh. Hier stinkt sie zum Himmel. So. Ups. Was ist denn da los? Oh. Das war fast zu knapp. Wie schaut es? Du hast das? Ja. Was war das? Also. Oh. Das war ja. Ja. Wie ist es ja das? Ich komme und an die Komponenten hat. Ich komme an dem Komponenten. Ja. Was wäre die? Hallo, ach so, ich dachte, das wär so stark oder so. Na dann, zurück zu schwarzes Brett, Markus, ich glaub Markus, so. Wackelpuppen abliefern, naja. Und dann muss ich aber auch schon für weniger den Händen schmutzrecht machen. Komm nur rein und zieh dich um. Markus, vor der Wackelpuppen ist wieder komplett aufgestockt. Zehn, die Armaturenbretter von Pandora bleiben nicht ungeschmückt. Super, das hat mich. Wirklich, so. Das ist toll. Aber nicht so toll wie... Ähm, ich weiß nicht. Das ist ein Schalterbrett, was für mich. Sieht nicht so aus. Na, immer rot. Passt. Wired Device. Ich kann's aber trisch halt wieder sehen nochmal. Langes Appart. Okidoki. Da geht noch ein bisschen was. Hierauf, 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 nicht hängen bleiben. Und... Ich brauche deine Hilfe bei etwas. Du hast die Bauteile an den Tennis bracht. Zeit für Filler. Wenn du Zeit hast, hat sie das Bier. Filler, Bier. Was? Popcorn-Einstellung am Tennis-Device funktioniert nicht richtig. Genau gesagt, es bereitet tödliches Mutanten-Popcorn zu. Noch ein paar Bauteile sollten das beheben können. Äh, hundert... Flickst du schon nicht mehr durch? Nicht wirklich, na. So, eigentlich habe ich ja auch schon ein paar mehr, als du gebraucht hast, aber... Die haben mich ja wieder weggeschmissen. So, schau, so. Clap-Komponenten, ach, weg damit. Die Operation Trap-Clap-Trap-Trap ist jetzt viel wichtiger. Wie du sicherlich verstehen kannst. Na gut, schade, dass man da klaut hat. Warum ist das so weit weg überhaupt? Das ist doch unnötig. Nein. Naja. Also. Ja, ich habe dir auch schon gesagt, ich bin aber... Ganz ehrlich. Was kann da Tolles drin sein? Nachdem du Level 5 erreicht hast, kannst du den Action-Skill deines Charakters freischalten. Das wäre egal, wenn ich das mal machen könnte in dem LP. Dass nicht das mal rausgehen wird. Dann war aber nicht ganz sicher. Es macht Spaß, ein Roboter zu sein. Du brauchst nie mehr Pinkeln und du darfst dir sogar deine Lackierung aussuchen. Krass. Krass. Das muss ich ja in real life nicht... Ja, was soll das? Aha, hier gibt es ja Automaten. Okay, dann nehme ich die auch mit. Dann nehme ich das Zeug mit dem Plan mit. Äh... Schock-Schaden. Nein, ich will bei dem bleiben, was ich habe. Also das ist mir schaden. Sollte ich auch mal wieder verwenden dann, die SMGs. Passt. Passt. Die money habe ich noch. Hier kann ich zwar rauf, aber das bringt mir erstmal noch nix. Na dann. So, wohin? Haben die ein Fahrzeug holen? Na, nicht. Okay. Dann suchen wir das Wire-Device, das in diese Richtung liegt. Ja. Wie viele Gegner-Skexe waren dort drüben. Immer zu spät. Und Spider-Ants. Ja, Spider-Traps. Nein, natürlich. Ich schade so aus, ob sind wir resistent gegen Schock, äh, gegen Säure wären. Auch mal Krankheiten, äh. Ja, das kann ich eher halt mal Nahkampf-Angriff-Lämen. So. Dann kannst du da rüber. Nein. Aua. Okay. Eine richtige Umarmherzig. So. Das ist ja dämlich. Vielleicht auch noch ein. So ein Netz. Das ist ja so. Ich fahre Pistole nicht mal. Es ist ein Gehen! Tja. Damit klappt es doch immer noch am besten. Das geht immer noch. Ich dachte, ich habe euch doch schon Moores geleert hier. Anscheinend. Das mit der Säure ist ganz cool. Kann man nicht so schnell, hm? Ich muss so verjagert sein, wie du willst. Die Säure wird dich sowieso zerfressen. Hm. Das kennen wir doch alle schon. Noch ein. Ah, es ist knapp, wenn wir so schnell schießen können. Dann sind die Bombe. Glückwunsch! Äh. So. So, wir haben den Rundt. So, wir haben den Rundt. So, wir haben den Rundt. So, wir haben den Treffen. Ja, so. Folgen, wir haben die Rundt. Folgen, wir haben die Roboter, so. Das wird ihm nicht gefallen. Lager gefunden. Perfekt. Schau bei uns rein. Wir haben die besten Preise für Waffen und Ausrüstung. Ja, und deshalb verkauf ich alles. So. Hier gibt's Medikamente. Ah, leider nichts Gutes dabei. Ich dachte, es wäre etwas Blaues, aber es war noch nichts. So. Wie selbst eure mächtigsten Krieger fallen unter den Füßen der Clip-Trap-Revolution. Ja, ich weiß, wir haben eigentlich keine Füße. Aber darauf kommt es nicht an. Der Schlüssel funktioniert. Soldaten, bereiten Sie Ihr Team darauf vor, reinzugehen, während ich hier noch... Moment. Wo bin ich hier? Was ist mit der Kammer? Wieso ist da ein Loch? Steel Trap. Tja. Was ist für ein Kalamari? Co-Tool? Es war nicht so... Das wird noch zubösen. DieOTR-Beschuss, das wird zu böse. Das wird zubösen. Ja, tache ist was... Ich bin nicht extraver. Ich bin nicht extraver. Ich bin nicht extraver. Nein, das wird super. Das wird zubösen. All Выย'nt ja. Ich bin unverletzt. vollständige Systemausfall! Dann können wir uns das Wired-Device noch schnell Und dann können wir unser Zeug teleportieren Ganz easy peasy Das liegt einfach so rum natürlich Ein drahtloses Handheld-Device zur Informations-Router-Dekodierung So So Wo kommen wir hier raus? Da war ein paar Freunde So Na dann Würde ich doch einfach mal sagen Das war's jetzt mal mit dieser Folge Dann geht's in den nächsten Part weiter Mit Phase 4 wahrscheinlich Vielleicht Vielleicht war's das auch schon Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Sehen wir das alles im nächsten Part Vielen Dank, dass ihr dabei wart Ich muss jetzt aber leider weggehen Aber das dringend ist zu erledigen Also Tschüssi! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Das war's jetzt!